Das ist in Ordnung. Pass auf! Wie heißt du denn, Süße? Natalia. Na, das ist ein schöner Name. Meiner ist Barry. Barry? Ganz genau. Benutz ihn sparsam. Mach es. Ja. Jetzt ist es in Ordnung. Das ist wohl der einzige Weg hier durch. Das ist wohl der nächste Weg. Die Monster. Monster? Ist wohl einer der Infizierten aus dem Bericht. Da drüben, noch einer. Woher weißt du das? Ich kann sie irgendwie sehen. Nein, tust du nicht, kleine Lady. Das ist zu gefährlich. Wieso? Ich habe keine Angst. Überlass den hier nur mir. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Schausst du's? Ja. Ja, das ist nicht auf null. Okay. Ist das die Schaltzentrale? Vorsicht! Da ist was auf dem Fußboden. Was ist das? Wie war ich? Du warst toll. Du warst toll. Das ist nicht normal. Wir sind fast beim Funkturm. Kommt dir etwas bekannt vor? Nein. Mir leid. Schon gut. Sind fast da. Hältst du mit? Barry, sie ist verschlossen. Was jetzt? Du musst das Schloss aufmachen. Siehst du etwas, das du benutzen kannst? Gute Arbeit, Süße. Bleib in meiner Nähe, okay? Okay. 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 Psst, da draußen ist was. Psst. Bleib da. Wo ist er hin? Hey. Was ist das? Stimmt was nicht. Ich glaube, ich habe was gesehen. Bleib zurück, Natalia. Bleib da. Bleib da. Bleib da. Das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Diese Insel ist völlig verrückt. Was war das eben? Ich weiß nicht, Süße. Halten wir die Augen auf, falls noch mehr da sind. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Eine Lichtung. Ich kann Natalia nicht allein lassen. Das ist ein Virus, den böse Menschen vor einigen Jahren in Afrika eingesetzt haben. Die Frage ist, wie kam der hierher? Sie sind da. Versteck dich. Versteck dich. Die Frage ist, was den Bbelum gehen. Versteck dich. Das ist ein Versteck. Ich weiß nicht. Vielen Dank.